Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Hast du das schon gehört? Mit dem Bockbähchen wieder, was ihr jetzt vorhört? Ich, ich, lach mich schäkig. Auf jeden Fall ist das das Ende der Demokratie. Nach dem Intro erfährst du mehr. Ja, Leute, mein Name ist Aknaröck. Herzlich willkommen hier bei Knolte und Aknaröck. Aber, Herr Ragnaröck, bitte, so viel Zeit muss sein. Die Frau Bockbäh, der Bockbähchen wie Knolte sie immer nennt, läutet das Ende der Demokratie ein. Der europäischen Demokratie. Ja, 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 hast du schon von gehört, ne? Also, bis jetzt war das ja so da mit dem Europa-Gedöns da, ne? Dass sie sich immer einig sein müssen. Ja, ich halte das von gar nichts von. Überhaupt nicht so von Europa und so, dass sie alle immer einig sein müssen. Und dass die alle immer eine Kasse haben und so, ne? Weil tritt ja eh immer nur den einen, der bezahlt, und den anderen, der immer nur rausholen. Ne? Aber egal. Ander Thema. Also, das Bockbähchen, das will jetzt umsetzen, dass sie sich neben nicht mehr immer einig sein müssen, wenn sie was beschließend tun. Ne? Ne? Ein Mehrheitsbeschluss würde dann wohl reichen. Jetzt so gerade in Hinsicht auf, wie die Flüchtlinge verteilt werden. Und wenn einer keine Flüchtlinge nehmen mag, tut, oder keine nehmen kann, dass er dann Strafe zahlen muss. Ja, so wie Polen und Ungarn, die wollen das ja gar nicht mehr. Die wollen ja gar nicht so viele Schwarzfüße mehr haben, ne? Und, und ja, die sagen dann natürlich so, mit dem neuen EU-Flüchtlingsgesetz, das machen wir so nicht mehr. Also gibt es das nicht, ne? Einheitsbeschluss. Ja, und das will Bockbähchen jetzt abschaffen. Ja, Bockbähchen, wieder im Alleingang. Die Kleine ist super, ne? Wo ist die denn, Supermeich? Die ist da nur... Ja, ich muss jetzt aufpassen, was man sagt, ne? Also, die ist einfach nur, ne? Dem Rest müsst ihr euch halt denken, was die einfach nur ist. Wie geht denn so was? Die mengt sich in Sachen rein, die sie nichts angehen. Überhaupt nichts angehen. Da macht sie das ganze Land nur lächerlich. Sie blamieren das deutsche Volk bis auf die Knochen. Und rassistisch ist sie auch. Sie ist rassistisch gegen das deutsche Volk. Ne, ja, doch, aber nicht nur die, ne? Die ganzen Grünen eigentlich. Die ganzen Grünen sind dafür, dass Deutschland abgeschafft wird. Weg mit den Deutschen. Hauen wir nicht. Ne, guck mal. So, lieber in einem Land, wo eine Regenbogenfahne geht. Wo alle machen können, was sie wollen. Aber nur, wenn sie zugewandert sind, ne? Und du als kleiner Deutscher schnauze halten. Schaffen gehen. Geld verdienen. Kohle abdrücken am Papastat. Genau, dafür bist du da. Nur dafür bist du da. Hast du das kapiert? Gut, weitermachen. Leute, diese... Bockbärchen heißt sie. Bockbärchen. Genau die. Die ist einfach nur... Oh, weißt du, ich stelle mir jetzt mal vor, ich gehe jetzt mal in so ein Haus rein. Weißt du, da so, wo Zimmer an Zimmer ist und hübsche Frauen drin rumlogern, so wie da mit der roten Laterne. Ferkel, Ferkel, sowas hat auf meinem Keller nix zu suchen. Klappe. Also, stelle ich mir jetzt mal vor. Oder wäre eine, die so bildhübsch ist. Wie Bockbärchen. Leute, ich hätte keine Lust mehr, ich würde rausrennen. Kein Geld verdienen, Leute. Entschuldigung, weg hier. Ja, ich glaube, niemand dafür wäre sie geeignet. Aber, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Für die Politik kannst du die auch in der Pfeife rauchen. Achtung, Leute. Jetzt kommt. Jetzt muss die Leute mal husten. Scheiß Rauchhusten, ne? Kommt davon. Zu viel Nikotin. Naja, egal. Aber du kannst mal gerne deinen Sam in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Was das Bockbärchen jetzt wieder vorhat und was die Grünen im Allgemeinen so vorhaben. Und überhaupt, ne? Und ja, jetzt noch was in eigener Sache, ne? Ihr braucht mir auch gar keine bösen E-Mails schreiben. Und drohen braucht ihr mir nicht, weil Bange machen könnt ihr voll Hosties mir sowieso nicht. Also, und wer mir eine E-Mail schreibt, da habe ich seine E-Mail-Adresse. Und über seine E-Mail-Adresse kriege ich seine richtige Adresse raus. Und mit seiner richtigen Adresse setze ich da ein paar Leute an und du kriegst Post von der Staatsanwaltschaft. Also, mach ruhig weiter so. Schick mir viele, viele beleidigende und drohende E-Mails. Freue ich mich total. Klasse drüber, habe ich wieder was zu tun in meiner Freizeit. Herrlich, verengleichter Geld verdienen kannst du gar nicht. Wie mit solchen netten Leuten, die dir immer vorschieben. Also, in diesem Sinne, sauber bleiben. E-Mail spa stirred at at PT t Martin Profi Gratis Profi Untertitelung des ZDF, 2020